Droht uns der größte Bärenmarkt aller Zeiten mit Verlusten von bis zu 90 Prozent? Nur weil ich das nicht glaube, bedeutet das natürlich nicht, dass wir uns diesen Standpunkt nicht etwas näher anschauen sollten. Und genau das machen wir in diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Ihr wisst es, ich kann mit Permabären relativ wenig anfangen. Also diejenigen sagen, alles wird in Schutt und Asche zerlegt. Ihren Standpunkt aber nie ändern. Welchen Nutzen haben wir davon? Und diejenigen, die es über Jahre hinweg einfach immer wieder behaupten und am Ende den Notenbanken, den Regierungen oder den dummen Anlegern die Schuld geben, dass immer noch nicht der Crash da ist. Ein jeder mag sich anhören, was ihm gefällt. Heute möchte ich aber auf einen Analysten schauen, der von sich selbst sagt, eben kein Permabier, Permabier zu sein, sondern jemand, der durchaus auch bullische Phasen hat. Jetzt ist er allerdings bärisch und genau das schauen wir uns an. Wir sind hier auf der Seite von MarketWatch.com. Der verdiente Veteranenanalyst John Wolfenbarger fühlt sich derzeit an das Umfeld aus dem Jahr 1929 erinnert und wir wissen es, 1929 gab es einen massiven Crash am Aktienmarkt. Und darauf möchte ich etwas näher mit euch eingehen. Es spricht selbstverständlich über das Tapering. Tapering heißt ja nicht, dass die Geldschleusen zugedreht werden, sondern sie werden langsam, die Schleuse geht langsam immer weiter zu. Das hat im Übrigen noch nichts damit zu tun, dass die Fettbilanz sich wieder verkleinert, nur sie dehnt sich weniger schnell aus als vorher. Wenn die aktuell skizzierten Fahrpläne so zum Tragen kommen, dann müssen wir damit rechnen, dass nächstes Jahr, Juni, Juli, August, Schluss ist. Dann wird das Tapering vollzogen sein und dann muss der Markt ohne das Kapital der Notenbanken auskommen. Ob dann tatsächlich dieser Plan so umgesetzt wird? Herr Paul wird ja nicht müde, also wir sprechen hier überhaupt nur von der Fett. Der Rest der Welt hat derartiges noch nicht angekündigt. Herr Paul hat jederzeit gesagt, ja, falls sich Dinge verändern, dann werden wir darauf natürlich reagieren. Aber so oder so, wir haben es mit einer massiven Inflation zu tun, selbst in Europa, in Deutschland mittlerweile mehr als 4%. Das kann natürlich kein Zustand sein, bei dem die Notenbanken dann dauerhaft zuschauen. Er spricht hier auch über den Crash aus dem Jahr 2008, 2009. Wir haben exzessive Verschuldungslevels gesehen. Da sind wir im Übrigen schon weit drüber. Er spricht über wirtschaftliche Schwäche und über ein sehr bullisches Sentiment. Dann schauen wir hier auf diesen Chart und ja, Stock Market Capitalization to GDP Ratio. Das heißt also, die Bewertung des Aktienmarktes in Relation zum Bruttoinlandsprodukt der USA in diesem Fall. Zudem, man muss natürlich hier festhalten, ja, wir sind jetzt deutlich drüber. Und Aktien in den USA sind auch richtig, richtig teuer. Das liegt zum einen natürlich daran, dass wir jetzt, ja, 12, 13 Jahre Bullenmarkt hinter uns haben. Das liegt natürlich auch daran, dass die globale Supply, also die globale Lieferkette, derzeit immer noch nicht funktioniert. Das heißt, der Aktienmarkt schaut ja derzeit durch die nächsten sechs bis zwölf Monate hindurch und sagt, das werden Probleme sein, die sich lösen lassen. Wenn wir jetzt Stand heute einfach nur bewerten wollen, was ist, ja, wie hoch sind eigentlich US-Aktien gepreist, dann bekommen wir absolute Extremwerte. In einigen Branchen natürlich extremer als in anderen Werten, in anderen Branchen. Aber fraglos ist der US-Aktienmarkt richtig, richtig teuer. Der Unterschied allerdings zum Jahr 1929, und ich will es mal höflich formulieren, es ist keine ganz große Überraschung, dass amerikanische Analysten, wenn sie über den Aktienmarkt reden, normalerweise den US-Aktienmarkt meinen, weil der Rest der Welt irgendwie so eine große Rolle ja doch nicht spielt. Tatsächlich spielt der Rest der Welt natürlich eine Rolle. Und europäische Aktien sind nicht brutal überbewertet. Wenn wir uns das hier anschauen würden, dann würden wir feststellen, ja, auch aufgrund der Lieferketten, aufgrund der Schwierigkeiten, die wir derzeit haben, sind europäische Aktien nicht ganz günstig. Sie sind aber alles andere als auch absolut betrachtet brutal überteuert. Überhaupt nicht der Fall. Und wenn wir in den Bereich der Schwellenländer gehen, inklusive China, dann sind Aktien teilweise sogar günstig. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu dem Jahr 1929. Klar ist aber auch, wenn der US-Aktienmarkt massiv einbrechen sollte, dann wird es Europa und auch den Schwellenländern wohl herzlich wenig helfen, dass sie günstiger sind. Dann geht es da erst mal mit auf Tauschstation. Vielleicht nicht in dem Ausmaß. Ich glaube durchaus, dass man hier dann erkennen wird, dass die Marktteilnehmer Unterschiede machen. Aber Europa und die Merging Markes gehen nicht in Rallye über, wenn in den USA Land unter ist. Das hier finde ich ganz interessant. Ehrlicherweise das Interessanteste in dem ganzen Artikel, beziehungsweise in seiner Analyse. Er hat hier mal nicht den 200-Tages-Durchschnitt genommen, sondern den 250-Tages-Durchschnitt. Ja, den EMA 200 oder auch Simple Moving Average. Also verschiedene gleitende Durchschnitte und alle mit einer Periode 200 werden häufig genutzt. Und an dieser Stelle mal die große Warnung. Mittlerweile habe ich, ich nenne weder Ross noch Reiter, ich will mich niemanden anlegen. Aber ich habe hier schon kleine beispielhafte Coachings gesehen oder Auszüge aus Coachings, wo behauptet wird, wenn du einfach nur auf die 200-Tage-Linie achtest, egal ob nun bei Gold oder bei Indizes oder bei Aktien, dann kannst du nichts verkehrt machen. Du bist einfach investiert darüber und wenn Aktien unter die 250-Tage-Linie fallen, dann steigst du aus. Das ist wirklich grob. Also achtet darauf, ob derjenige, der mit euch irgendwas über Coaching oder über Aktien besprechen möchte, ob der Ahnung hat davon. Das, so kann man es wirklich nicht machen. Das ist am Reißbrett entwickeltes Coaching, was sich wahrscheinlich teuer verkaufen lässt, aber puh, Mann, da wird einem schon ein bisschen anders. Auch das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass der Bullenmarkt doch einen gewissen fortgeschrittenen Verlauf schon hat, also schon ein bisschen älter ist. Es gibt ja auch so softe Faktoren und die sind durchaus vorhanden. Und natürlich ist dieser Bullenmarkt mittlerweile in einem Stadium angekommen, wo er auch mal verdient hätte, dass es eine Pause gibt. Also 250-Tage-Durchschnitt. Was würde das aktuell bedeuten? Er hat sich halt hier angeguckt, 2000er, 2008er, Crash, auch noch andere Korrekturen hier. Es gab ja zwischendurch auch noch im Jahr 2015, 2016 ein. 2018 hatten wir ein schwaches viertes Quartal. Gucken mal ganz kurz. Das wäre hier aktuell bei rund, ja, knapp über 4000 Punkte. 4050 Punkte. Das ist der 250er-Tage-Durchschnitt. Und der fällt natürlich relativ nah zusammen mit dem 23,6er Retracement. Insofern vielleicht wirklich eine Marke, wenn wir uns das mal anschauen, nämlich markantes Hoch, markantes Tief. Ich habe es gestern auch in einem Webinar besprochen. Wir haben hier im Jahr 2020, haben wir einmal einen Rücklauf an das 23,6er Retracement gesehen. Wenn danach nicht mehr. Das heißt also, die einzige Korrektur, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, endete beim 23,6er Retracement. Ich finde also den Gedanken, dass man von der Fortsetzung einer Korrektur sprechen kann, wenn dann tatsächlich auch mal das 23,6er Retracement unterschritten wird. Nehmen wir mal den Corona-Crash raus, war das seit Ewigkeiten nicht der Fall. Ich finde die Marke gar nicht so schlecht, die ihr hier vorstellt. 250er SMA nimmt hier den normalen Durchschnitt, nicht den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Und er sagt dann auch, davon können natürlich Trader auch profitieren, beispielsweise mit einem Inversen ETF. Ich möchte jetzt heute nicht so sehr auf die Instrumente eingehen. Bei einem Inversen ETF muss man sehr genau beim Timing sein. Es gibt in den USA ein viel, viel größeres Angebot an Inversen ETFs. Wenn die ungehebelt sind, gibt es ja auch in Deutschland, dann geht das. Bei gehebelten Inversen ETFs müsst ihr sehr aufpassen. Selbst Seitwärtsphasen bzw. Salami-Crashes helfen euch dann häufig nicht. Also Vorsicht mit Inversen ETFs. Es gibt da auch andere Derivate, mit denen man das umsetzen kann. Aber klar, von fallenden Kursen dürfen wir profitieren, werden wir profitieren, wenn es soweit ist. Und an dieser Stelle mal der Hinweis, die Marken, auf die ich achte, über die spreche ich häufig auch im Report, kommt jeden Mittwoch absolut kostenlos. Dass da nicht so viele Verkaufsmarken drin waren in den letzten Monaten. Ja, what the hell? Das ist nun mal so gewesen. Wir hatten in den Indizes keine großen Verkaufsmarken. Aber die Marke behalte ich hier mal im Auge. Wer die nicht verpassen will, der kann sich diesen kostenlosen Report gerne mal anschauen. So. Und er spricht dann natürlich darüber, wie sollte ich dem widersprechen? In einem Bärenmarkt kann es dazu kommen, dass deine Investments dann auch 50 bis 90 Prozent fallen. Und das kann ja 10 oder 20 Jahre dauern. So schrecklich viele Beispiele für 20-jährige Bärenmärkte gibt es nicht. Also hier muss ich mal ganz klar widersprechen. Ja, die 80er hatten Seitwärtsmärkte. Aber 10 oder 20 Jahre, jetzt kennen Sie, stay down for decades, nee, das ist einfach nicht so gewesen. Ihr könnt euch ja langfristige Charts am Aktienmarkt anschauen. 20 Jahre lang unten gab es einfach nicht. Ich bin jetzt nicht bis 1870 zurückgegangen. Ich glaube, da beginnt in etwa die Aufzeichnung, es mag mal eine Dekade gegeben sein. Und wie gesagt, in den 80ern ist es seitwärts gegangen. Aber 20 Jahre Bärenmarkt, nee, die gab es nicht. Der klassische Bärenmarkt, soweit man das sagen kann, dauert in der Regel zwischen 6 und maximal 24 Monate. Es lässt sich überhaupt nur ein Bärenmarkt finden, der länger als 24 Monate dauerte. Also, keine Sorge. Die Frage ist natürlich, wie geht man jetzt damit um? Er bespricht ja hier ganz klar das Szenario eines Crashes. Und je nachdem, wie ich diesen Chart darstelle, kann ich natürlich auch sagen, ja, so ein Crash wäre mal angezeigt. Und wir gehen ja einfach mal ein bisschen länger raus und stellen fest, jawohl, der Markt ist eindeutig auch ganz ordentlich gelaufen. Wir nehmen das einfach mal hier raus. So. Wenn ich das Ganze, ich kann es sogar noch länger, klar, der Bären, der Markt ist ja noch älter. Und ja, es ist seit dem Corona-Crash, was hier unten wurde quasi das Gummiband gespannt und ist dann auch wirklich oben rausgekommen. Und wir haben ja auch schon ein bisschen korrigiert. Wir schauen uns das mal, wie das sich bei langfristigen Charts gehört, logarithmisch an. Ein Crash entsteht in der Regel, im Übrigen auch im Jahr 1929, aus brutaler Euphorie heraus, himmelhoch jauchzend. Und es gibt einige Faktoren, die man da im Auge behalten sollte, um zu sagen, ist der Markt derzeit euphorisch? Es gibt natürlich zum einen, ja, können wir sehen, wenn eine Fahnenstange entsteht. Ich finde, der S&P 500 ist steil, aber nicht unbedingt eine Fahnenstange. Es gibt aber auch noch ein paar mehr, so weiche Faktoren. Wir haben zum Beispiel das berühmte Panic Euphoria-Modell von der, von Citi. Gibt es schon relativ lange. Ich glaube, leider ist der Erfinder gerade gestorben. Wir haben gesehen, ja, hier, das war der, das Platzen der Dotcom-Blase. Dann haben wir hier 2008, waren wir im absoluten extremen Bereich, was die Euphorie angeht. Jetzt sind wir aus dem extremen Bereich gerade wieder zurückgekommen. Also um 50% ist dieses Panic Euphoria-Modell zurückgekommen. Das heißt also, die Crash-Gefahr, die sich daraus ergibt, und wenn ihr das mal googelt, dann werdet ihr sehen, das war vor einigen Monaten, wurde es mit Verlaub wie die Sau durchs Dorf gejagt. Man sagt, uh, wir sind hier auf den 2008er-Levels. Ja, es ist kein Crash gekommen. Derzeit ist die Euphorie sogar leicht zurückgegangen. Und noch einen anderen Faktor, finde ich ganz interessant. Das hier ist der ARK Innovation ETF. Das heißt ja, die, die jetzt zuletzt zur Börse dazugekommen sind, das sind genau die, die die Story kaufen. Ja, das ist dieser berühmte ETF von Katie Wood. Der ist in den Monaten zuvor gekauft worden, gekauft, und es gab massive Inflows. Also die Privatanleger haben den ARK Innovation ETF, spekulative Werte, Tesla da drin und so weiter, gekauft, gekauft, gekauft. Jetzt im September gab es massive Outflows. Das heißt also, die Euphorie nimmt eindeutig ab. Und aus meiner Sicht lässt sich daraus schließen, dass die Crash-Gefahr überschaubar ist. Es gibt allerdings die zweite Möglichkeit, dass das hier eben nicht unbedingt die Situation ist, in der wir mit einem Crash rechnen müssen, aber vielleicht tatsächlich mal mit einer bärischen Marktphase. Denn die verläuft ja ganz der Übergang, der geordnete Übergang in einem Bärenmarkt verläuft ja ganz anders als bei einem Crash. Da gibt es erst dieses typische Modell, was ihr kennt. Erst ist der Markt sehr, sehr zuversichtlich, dann wird er ein klein wenig ängstlich, dann gibt es nochmal eine Erholung. Und wenn diese Erholung dann nicht mehr auf neue Allzeithochs führt, dann kommt immer mehr Angst auf und irgendwann zum Schluss eines Bärenmarktes dann auch ein kurzes panisches Verkaufen und dann fängt sich der Markt wieder. Und das kann ich natürlich nicht ausschließen. Und ich habe ja an dieser Stelle auch schon mal vorgestellt, wie ich den S&P 500, wenn wir uns das jetzt ganz langfristig anschauen, was ich mir vorstellen könnte, wie sich der S&P 500 in den nächsten Jahren, nicht in den nächsten Wochen oder Monaten bewegt. Nämlich sehr viel volatiler. Ich frage mich vielmehr nicht so sehr, wann wird er fallen auf 3.500, wann steigt er dann wieder 1.000 Punkte, sondern was meines Erachtens diese letzte Dekade tatsächlich geprägt hat, war eine recht geringe Volatilität. Und wann immer wir solche Phasen der geringeren Volatilität hatten, das gab es ja hier auch schon mal in den 90ern, wurde es anschließend meist volatiler. Immer noch mit einem aufwärtsgerichteten Trend, aber eben volatiler. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, ob von hier aus, tatsächlich kommen wir jetzt ja in eine saisonal eher wieder stärkere Phase. Der S&P 500 nochmal steigt, aber dann eben auch deutliche Korrekturen. 20, 30 Prozent hinlegt, gefolgt wieder von deutlichen Rallys und dann wieder deutliche Korrekturen. Mit anderen Worten, ein Markt für Trader. Und das ist ja mal gar nicht so verkehrt. Das war es für heute. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wie nah sind wir denn nun dran am Absturz? Allein das Orakeln macht ja schon Spaß. Also lichtlos. Schönen Abend, bis dann und ciao.